Das ist doch nicht mein Problem, wenn er nicht pünktlich ist. Echt? Vor allem das Witzige, ich werde das wahrscheinlich dann auch wieder rausschneiden, aber das Witzige ist, er hat mir um halb sechs, glaube ich, Bescheid gesagt. Ich weiß, ich habe ihm noch geschrieben, sage Alex Bescheid. Ja, aber dafür ist die Gruppe doch da, dafür habe ich die doch extra gemacht, da kann man das doch total reinschreiben. Habe ich ja auch gemacht. Ja, eben. Was ich eventuell ein bisschen später habe. Eben. Mit Sabi hatte ich zwar auch privat geschrieben, aber... Ich war ja nur noch ganz fix duschen. Nein, nein, das meine ich nicht, wo du mir geschrieben hast, mit den Kopfschmerzen. Ach so, ja. Und hättest du gesagt, nee, mir geht es heute nicht so gut, dann hätte ich das Ganze auch abgeblasen, dann hätte ich halt was anderes aufgenommen, wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Okay, ich hatte jetzt schon mal wieder Lust, einfach einen Arm zu zocken, meine Leute sind auch unterwegs. Uh, deine Leute. Uh. Ja. Meine Leute. Meins. Meins. Das hört sich so an. Egal. Lass mal so stehen. Ja, hab ich gemietet. Ja. Mit Jahresbeitrag und so. Mit Peitsche und so. Was? Sklaven halt. Eitsche. Drogeneinfluss, Mann. Äh. Ähm. Mann. Okay. Was? Ich mache komische Geräusche. Ah. Alter. Ja. Jetzt geht das wieder. Es war so klar, dass ihr den wieder anschmeißt. Es war so klar. Ich kann es endlich wieder. Ja, lass mich. Nichts kann er, aber das kann er, ne? Das ist das Einzige, was er auf die Kette kriegt. Ah, das ist mittlerweile schon 5 oder 6 Jahre alt, der Gag, oder? Der ist doch schon älter. Der ist wahr, Alter. Verladen wir das? Ach. Das haben wir noch zu Call of, äh, zu MW3-Zeiten haben wir das noch gemacht. MW2, glaub ich. Ja, da war ich, da war ich ja noch nicht mit dabei. Da hab ich ja noch, äh, Spiele wie, äh, Welt of, Welt of Warcraft gespielt. Wieder geht. Das hat's die gleiche Map, wieder? Nein. Nein, das ist eine andere Map. Cool, wo geht's schon? Ähm, such dir aus, mit Mitte oder Top. Ich bin alleine auf der Bot. Die, ein Rainer. Ey, die haben die... Das sehe ich ja jetzt, ja, ist okay. Ich hab ihn aber auch schon länger nicht mehr gespielt. Kannst du mal aufhören, da so nervös rumzulaufen? Wer jetzt? Oh, Gott. Ja, es ist nur eine Person bei mir. Das ist der komische Blech-Heini. Der komische Blech-Heini, schön. Ich hab zwei aufhören. Keine Anmoderation? Äh, nee, jetzt nicht. Äh, komm schon mal Lunara. Äh, heute nicht. Ähm. Ja, ich hab zwei Bot. Heute ist Sylvanas. Ich hab die... Vielleicht nicht mehr. Ich hab Keltas und Jana bei mir. Aber die Lunara grad nicht drin, das nervt. Das nervt mich. Ah. Es könnte sein, dass Nova und, äh, Dings runterkommen. Nee, Sylvanas geht runter. Okay, Tass. Sylvanas kommt runter? Doch nicht. Nö. Sylvanas ist mit. Ich bin schon ganz schön traurig, dass wir hier mit zwei Leuten sind. Und das nicht, wie so dämlich ist, Lunara-Platz zu machen. Du pinnest. So. Oben, unten, wo wollt ihr? Bitte. Äh. Ich geh hier hin. Der macht die kleinen und kommt dann runter. Nee, die Jana ist auf jeden Fall hier unten. Sylvanas kommt zu euch. Wohin schon doch was. So. Nicht das große Ding angreifen. Los nicht. Kommt runter. Die machen die kleinen da schon. Oh, fuck, 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 fuck. Los, drück dein Y und breite. Dann komisch, Entschuldigung. Einmal unten. Ja, on the way. Hehehe. Oh nein. Kriegst du sie, kriegst du sie, kriegst du sie? Nicht... Aaaaaaah. Dover? Oh Gott, was ist dämlich. Nein, nein, nein. Ja, du warst genauso dämlich, wa? Aaaaaah. Aaaaaah. Oh man, 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 man. Ja, welches Monster wollen wir denn jetzt? Das untere oder das obere? Immer noch unten. Rainer? Oh. Ja, dann geh ich halt zurück. Sofrieden. Ja. Ja. Super. Aaaaaah, nicht schon wieder. Bisschen. Dover. Kuh. Und tschüss Nova. Ahaha. Die kommt voll rüber. Fuck, fuck, fuck weg von mir. Mal wieder. Hey, du bist ja auch tot. Mal wieder. Du hast da doch was bei dir. Ich bin ungefähr eine Sekunde vor dir gestorben. Nein, gute drei. Sehe ich an der Wiederbelebungszeit. Da war so ein dicker Asmodal, an dem konnte ich mich nicht vorbeischlängeln. Oh, warum, warum sagst du? Ich bin da rein, hab mir die Nova geholt und auf einmal kamen die vier andere. Hehehe. Wieso nehmen wir jetzt nicht einfach das obere Monster? Wir nehmen halt das obere. Das wird aber nicht viel ändern. Aaron. Was? Bei Fuß. Bei Fuß. Oh, ich bin doch kein Tank. Ich bin kein Tank. Asmodanes Tank. Raus aus dem Kreis. Asmodanes Tank. Seit wann ist Asmodan Tank? Nur weil ich dick bin? Im Vergleich zum anderen, dass sie ihn bis zu auf jeden Fall denkt. Na ja, ich kann die Blumen einsammeln und um ihn drum herum rennen. Das finde ich auch gut. Eigentlich wir haben ein bisschen mehr Pflanzen. Ja, ich bin noch am Sammeln. Ja, ich bin noch am Sammeln. Ja, warte, bevor du weg bist. Ja, ich war gerade dabei, mich zu kratzen. Warte, ich komme zu mir. Kratz dich mit links. Ja, wie soll ich mein... Ich habe nur zwei Arme. Ja, mit links kratzen, mit rechts klicken. Ne, das geht nicht. Wenn es links juckt, dann muss ich mich mit links kratzen. Ja, hä? Nein, wenn es mit links... Ey, mir ist es, ich bring euch was mit. Wie geht das? Wir kriegen wir. Komm her. Ah, nein, Nova, Nova, Nova. Wir kriegen wir. Oh, tschüss. Nova, Nova, Nova. Oh, oh. Lauf! Oh, oh. Oh. Lauf bei uns. Was ging eigentlich auf der Map mit den Pflanzen? Ähm, wenn die Pflanze groß ist, dann... Oder wenn wir 100 Pflanzen haben, dann kann einer die Pflanze steuern. Und wie sollen wir nicht so Pflanzen? Ja, indem wir die Monster töten. Ich port mich jetzt eben kurz. Mach das. Geht rauf, aber hab zwei geholt. Äh, ich geh mal grad auf Top. Ja. Mach das. Bisschen EP-Farm mit. Ähm. Wow, fuck. Ich bin tot. Oh. Jo. Drei Mann Gang auf Bord. Okay. Ich geh runter. Ne. Ah, stirb schon wieder. Kein Problem. Immer noch drei unten. Ja, immer noch drei unten. Nova, Lunara und... Ach, Nova sag ich. Lunara kommt hoch. Ne, die... Jetzt kommt sie. Mann, die laufen immer hoch und dann sind sie auch einmal wieder da. Jetzt kommen sie alle hoch. Was? Ja. Ach komm, das... Da war jetzt kalt. Ach so, muss ich jetzt abhauen, weil die hochkommen oder so? Ne, die sind in der Mitte rotiert. Also 30 ist in der Mitte. Boah, und dann kommt da wieder die Nova. Alles wäre gut gewesen, ey. Und dann... Und unsere Nova kriegt nichts geschissen, ey. Nova ist auch free to play, ne? Ja. Sylvanas ist jetzt oben. Wieso haben wir eigentlich noch keine Ulti? Weil wir knapp hinter denen sind? Jetzt haben wir Ulti. Jetzt lass mich doch in Ruhe, ey. Leck mich doch, kapiss dich. Ach du, schammt. Ähm. So. Stell mich hier jetzt einfach schon mal hin. Ich weiß, es dauert noch ein paar Sekunden. Aber ich will diese Kackpflanze haben vor denen. Kämpfer. Silvanas ist von der Top weg. Da wäre die Pflanzer. Das ist mir relativ wurscht. Nur dann sollte derjenige jetzt schon weggehen. Nova anscheinend. Oder auch nicht. Oh nein, ich hab Lunara hier. Oh, ich hab Sylvanas hier und ich bin tot. Ich war vergiftet. Ich geh erstmal durch die Mitte, da wir die ganze Zeit da rumpimmeln. Also, Lunara ist fast down. Ja, ich weiß. Jetzt ist sie aber auch weg. Ja. Wow, Killsteal. Ihr macht Mitte, dann macht Push. Ich top grad weiter. Komm auch wieder. Pflanze geht auf Bord. Ich geh mal zur Bord. Oh nein, das bin ich in diese Kackblume da reingelaufen. Ey, ich depp. Ich komm gleich zu dir. Ich reiß hier grad nur noch ein. Dauert nicht lange. Ich stand doch gar nicht in dem Kreis drin. Was soll das denn jetzt? Äh. Ich komme. Raus. Raus. Ja, du warst ne Blume. Ach komm, was. Lass nicht in den Kreis reinlaufen. Sonst wirst du zu so'n kleinen Ding. Geh du mit, geh du mit, äh, Sabi mit. Ich push Bord weiter. Wo geht Sabi denn eigentlich hin? Weiß ich nicht. Ey, du bist... Wo geht Sabi hin? Wie war's mit der Top-Pflanze? Ja, alleine. Ja, aber das Team so. Ja, ja, ich hab nicht... Ich hab nicht gesehen... Ja, ja, ja. Nova, Nova und Lunara hier. Ich hab nicht gesehen, ich hab nicht gesehen, dass die Pflanze da war. Ich rotiere schon. Also, äh... Vorsichtig, ne? Ja. Kälter, es kommt hoch. Nur weil es war das auch. Wir waren das auch bei Aaron. Los, Christus, schön. Aaron nimmt Winnert sich noch einen mit. Los, Tracer. Jetzt hau da mal richtig einen rein. Oste. Uh. So. Jetzt können wir, ne? Ja, aber Jaina lebt schon wieder. Go, go. Ich tänk das nicht. Ich mein, ich kann's so ein bisschen machen, aber... Raus, raus, raus. Ja. Ah. Gut, hab da. Easy. Dass wir direkt hier Top gehen. Nova ist fast down. Und ja, gut, die Jaina hat so schon. Lass mal unsere Camps machen hinten, die beiden. Ihr macht Camps, ich mach Bot wieder. Aaron, go, go. Lunara mit. Oh nein, jetzt hab ich Nova und Kelters hier bei mir. Oh, Nova ist hinter mir. Oh Gott, ja, tot, 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 absolut tot. Wieso kann ich denn nichts mehr machen? Weil, das war die Ulti von der, äh... Silvanas. Silvanas, ja. Silvanas hat ne neue Ulti. Damit kannst du die, äh, kann sie auch die Kontrolle über dich übernehmen. Äh, gab's ja, gab's ja auch schon mal, aber ging halt nicht auf Helden, ne? Ja, aber jetzt geht das. Toll. Bin drin. Geh mal runter, Aaron, mach das Riesencamp. Äh? Achtet. Das da. Das da. Das da. Da da. Der gelbe Punkt da rechts bei dir auf der... Ja, äh, Robert. Andere Seite. So, Bot ist offen, soweit. Unsere Nova ist tot. Doch nicht, doch jetzt. Kommt ihr dann rüber? Bin auf dem Weg zu dir. Ach, scheiße. Hat doch gereicht. Ja, nee, die haben zurückgesetzt. Ja, aber das Schleif war noch weg. Die setzen ja nicht sofort das Leben zurück. Und gleich oben. Hier, Jaina. Hier ist ein Jaina. Tot. Ja, Lunara, Lunara, Lunara. Und unten bei Aaron ist auch noch einer. Ah, drei. Ah, echt jetzt. Boots. Da ist eine Nora. Boah, ich mach Pause. Ja, hab ich gesehen. Ich bin raus. Das könnte wehtun. Könnte weh, eventuell. Aber wir haben erstmal gut Kamps geholt. Ja. Tja, doof, wenn man... Gut, hier mal auf den Top, um zu defen. Du? Ja, ja, ich kiefer so. Aber ich würde da sonst gleich auch hingehen. Ja. Müsste gleich auch wieder dunkel werden. Was sagen, es wird gar nicht dunkel. Warum eigentlich nicht? Kommt gleich. Dauert zwölf Stunden. Nee. Nee. Ja, es ist schon Top, neure Nacht. Okay. Ich würde sagen, Top. Es sind 23 Sekunden. Ich würde sagen, Top dann, ne? Ja. Top, die Wette gilt. Nicht. Top, die Fette quillt. Nee. Was Top, der Fette quillt? Wohin quillt der Fette? So. Die Fette. Ich meine, das erste Camp werden sie sowieso kriegen. Verteilt ihr euch mal auf der Top? Ich versuche gerade unten ein Camp noch zu holen. Warum lauft ihr hin? Ja. Warum lauft ihr hin? Wo will man denn hin? Hier. Diese kleinen Dinger ist hier. Boah, das war jetzt schwer. Ja, hier kommen sie nämlich. Okay. Oh nein, nein, nein. Ich bin vergiftet. Ich bin tot, 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 tot. Sag mal die Dinger ein. Ah, wir haben sie. Nein, ich sterbe. Ich auch. Nein. Ja, was wird's machen? Was willst du da machen? Was macht die Nora? Nichts. Was macht der Flo? Nichts. Er hat die Blume. Ja, trotzdem macht der nichts. Der läuft da ja nur dumm rum. Fick dich. Ja, ist doch wahr. So, lauf er schneller. Fick dich. Was wird das? Er lässt sich nicht vorbei. Ja, dann geht doch andersrum. Nein, man. Er lässt sich nicht vorbei. Big Mac vs. Big Mac dem zweiten, oder wie? Meinst du, lange er munter auf mich draufhauen will? Ja, machen. Geht hoch. Geht nicht hoch. Was macht er denn jetzt? Er will mich wieder zur Blume machen. Nicht da rein in den Kreis. Und du siehst überhaupt nicht fett aus in deinem Schweine-rosa Kleid. Ich weiß. Entschuldigung. Ja, die Wahrheit ist schön von SDP. Also auf der Lunara hinterher. Wir machen gerade das Bot-Camp. Äh, die Bot-Pflanze. Da ist ja noch eine Pflanze. Dezent. Ja, ich vercheck das gerade immer. Boah, schön, 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 schön. Block, block, block. Hab ich doch, hab ich doch. Schön daneben geschaffen, Nova. Schön geklärt. Oh, die darf doch jetzt nicht mit... Bitch, bitch. Sie ist tot. Hier hat's camped direkt. Rage, please. Da drüber auch. Ja, Alex. Wie kannst du die Kugel so weit schmeißen? Ich hab die Reichweite erhöht. Beziehungsweise, ähm, die hat ja sowieso einen Rage-Indikator. Also sprich, eine Reichweite. Er guckt außerhalb seines, äh, Bitchyams, Aaron. Und nicht nur da. Außerhalb. Ja, nein, nein. Du hast einen Kreis um, um die Kugel rum. Also du hast einen Rage-Indikator. Und ich hab die so geskillt, umso weiter. Ich weck mir, umso mehr Schaden macht das. Ja. Er wirft sie aus dem Bildschirm raus. Okay, und... Boah, kann ich das teilen? Das wär ja jetzt nice. Zack! Boah, ja, aber trotzdem hat's dir nicht viel gerafft. Und sie springt mit zurück, ey. Was ist das denn? Das ist ja richtig kacke. Das hätt ja klappt. Äh, ey, ey, ey. Okay, wenn ich die Ultilen nochmal krieg, versuch ich's mit meinem Kuh. Ähm, nein. Ich skille den auf, ähm, Reichweite. Also umso weiter ich weg bin, umso mehr Schaden macht meine Kugel. Und, ähm, die nächste Skillung, die ich dann mache. GG. Boah, mein Pfeil ist da noch. Mein Pfeil fliegt da noch. Geil, ey. Äh, nee, und die zweite Skillung, die ich dann mache, ist, wenn, ähm, die Kugel halt aufschlägt, dass sie dann einen, ähm, Dämonen-Soldaten hervorbeschwört. Das ist so meine Standardskillung. Boah. War eine nette Runde auf jeden Fall, ne? Ja. So, jetzt waren wir nochmal zwei und dann halt mit Sieg. Ja, schauen wir mal. Dann würde ich mir voll, dann würde ich mir voll freuen, genau. Schauen wir mal. Erstmal sage ich, erstmal sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.